So, ich bin hier wieder bei einem neuen Projekt, und zwar bei Let's Play Minecraft, äh, Staffel 2 dieses Mal, ähm, oh, da ist ja ein Hund, cool, ich gehe da, äh, wir, oh, hi, oh, hi, hi, okay, dann machen wir ein Let's Play Together, äh, ihr habt das mit Let's Play, äh, Let's Play Minecraft Staffel 2 schon vergessen, okay, äh, okay, äh, hi. Okay, dann, äh, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ja, ich gehe in den Ball. Und warum ist da ein Hund? Keine Ahnung, der war vorher nicht da. Äh, ja, okay, gut, egal, fangen wir einfach an. Ja, ich gehe in den Ball, liebe. Ich schätze mal nicht, dass wir... Hey, guck mal, da hinten ist ein Dschungelbinom, lass da hinlaufen. Dschungelbinom? Da haben wir dann auch genug Holz. Oh, okay. Ja, stimmt. Mann, kann, äh, kannst du das mit den Plugins und so, dass du die installierst? Äh, wie bitte? Kannst du das, dass du Plugins installierst für den Server? Ach, ne, da kann ich nicht. Da hab ich keine Ahnung. Sag, René mal, der soll, ähm, nenn, den Dingens... Ups, sorry. Äh, nenn, den Timbermott reinmachen. Boah, stell dir vor, wie viel Holz man hier hat bei... Alter, wieso schlage ich dich so verzögert? Das ist mein Fleisch. Äh, wie sieht das eigentlich aus? Sollen wir, ähm, erst gleich ein paar Schafe schon mal, äh, da lassen und die nicht direkt alle töten? Ich mein, dann können wir uns nachher welche züchten, weißt du? Ja, wir brauchen sechs Schafe. Also zwei Schafe müssen wir da bleiben. Ja. Also jeder braucht jetzt drei Schafe killen, damit wir uns ein Bett jeweils bauen können. Ja. Die anderen bräuchten wir dann für später noch. So, ich hab jetzt drei Schafe. Ich hab jetzt erst eins. Ne, guck mal, macht das Zuckerrohr. Bauen wir auch mal direkt ab. Hinten, glaub ich, hab ich auch vorher Zuckerrohr gesehen. Hier, eins brauch ich noch. Nein, hier sind genug Schafe, also da brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Oh, direkt mal ein bisschen Samen, äh, hier einsammeln, damit wir auch nachher Weizen anpflanzen können. Ja, hab ich auch schon. Ja, ich hab jetzt auch 15 Stück. Samen? Ja, ja. 16. Ich hab nur einen. Okay, jetzt hab ich gereicht. Okay, warte. Direkt mal ein paar Blumen abbauen für Farbstoff nachher. Ja, hab ich auch schon. Du denkst auch gleich am Anfang nach alles, ne? Ja, ja, ich sammle direkt am Anfang alles ein, was man später brauchen könnte. Ja, solche Sachen, ja, ja, ja. Die findet man ja nachher noch reichte es. Ja, solche Sachen, ja, ich sag mal schon vor. Gut, ja, wir sind auch schon. Wenn es euch dunkel wird, würde ich sagen, bauen wir jetzt mal irgendwo ein Haus oder suchen wir wenigstens schon mal einen Platz, wo man ein Haus bauen kann. Ah, guck mal, hier hinten ist auch direkt Clay genug. So, ich hab jetzt genau 20 Samen. Ja, hier ist ein cooler Platz. Wo? Du bist du, ich hab dich schon in der ersten Folge verloren. Äh, lauf mal hier hinten, warte. Ah, du kannst ja gar nicht sehen. Ähm. Wo bist du, wo bist denn du? Weiß ich nicht. Ich hab dich nicht verloren. Echt jetzt? Du, ich hab dich nicht verloren. Nee, da hinten. Da hinten musst du doch, da auf den Bergen. Komm zurück. Wo bist du? Ach da bist du hingelaufen. Ja, genau. Dachte, du bist nach vorne gelaufen. So. Ey, ich schieße mich nicht mit einem. Einachtige geworfen. Und ich schieße ihn ein nach dir. Ja. Äh, lauf mal hinter mir die Richtung weiter. Da kannst du ganz cool bauen. Da würde ich dann sagen, bauen wir nicht auf dieser kleinen Insel. Da wirst du gleich so eine Insel sehen. Sondern würden wir am Festland dann weiterbauen. Oder wieder wie letztens in Staffel 1 unter Wasser. Das war ja eigentlich eine gute Idee. Ja, aber dann hatten wir ein paar Probleme. Die wir nicht erwähnen müssen. Ja, wegen einigen, äh, unserer... Bekannten Freunde. Nennen wir mal Bekannten. Ja, genau. Die haben da etwas dazwischen gefrunkt. Ja, und die Folgen wollten wir nicht hochladen. Und da haben wir halt schon Music Disks und alles gehabt. Und nee. Das geht nicht, dass ich die Folgen... Also, da kann man hier hinten... Ah, da hinten... Hey, Kakaobohnen. Ich fahre mit gleich Kakaobohnen. Genauso wie in der ersten. Stopp auch. Ja, also hier sieht doch eigentlich ganz gut aus, oder? Ja, ich würde eher sagen, wir machen erstmal hier, ähm, auf der Insel. Weil die Mops schwimmen, glaub ich, nicht auf Insel. Also, auf Ende ist klar, dass die nicht schwimmen. Ah, hier ist direkt eine Lava-Grube, oh, wie geil. Ich liebe diese Welt. Also, eigentlich ist man gerade die Welt voll perfekt irgendwie. Wahrscheinlich werden wir dann auch noch eine Pyramide in der Wüste finden und gleich noch ein Jungle-Tempel und alles. Ach, wir werden noch so viel finden. Wahrscheinlich auch gleich noch ein NPC-Dorf. Ja, das gucken wir mal. Ein NPC-Dorf, da... Ach, Kacke, ich hab schon fast gar kein Essen mehr. Von meiner Let's Play Minecraft-Folge, da hab ich gleich ein... Ähm... Dingens gefunden. Ein NPC-Dorf. Gleich am Spawn stand bei mir ein NPC-Dorf. Also, ich hab den Sieg zuvor nicht ausgeforscht oder so. Null. Ich bin da in eine Richtung gelaufen zum Wald und da standen NPC-Dorf am Blackland. Okay. Das war so geil. Ich würde sagen, wir bauen die Insel hier ein bisschen aus. Weder unter Wasser? Nee, unter Wasser diesmal nicht. Wir haben ja damals auch mit Schwämmen gescheitert und so. Die bekommt man ja nicht, die Spiele nicht. Aber, äh, jetzt könnten wir ja hier, äh, wirklich, äh, einen Eingang unter Wasser irgendwie machen. Das geht ja irgendwie mit, ähm, mit Dingens. Mit Schildern. Ja, genau. Hey, hier ist eine fette Schlucht unter Wasser. Ah, 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 ah. Wasser. Hier ist eine fette Schlucht unter Wasser. Das sind du jetzt wieder. Ja. Hier. Hier im Wasser schwimm ich. Hier. Ach, da. Komm mal her. Hier ist eine fette Schlucht unter Wasser. Ich fau grad den Kakao da noch ab. Okay. Damit wir wenigstens eine Kakaopflanze haben. Ich hab schon zwei. So, jetzt haben wir direkt schon zwei Kakaopflanzen. Nee, vier sogar. Ich hab auch zwei. Komm, pflanzt die mal hier an. Gut. Pflanzt die mal hier an. Du. Hier. Ja, ja, ich komme, ich komme. Hier, so am Festland machen wir unser Haus und hier machen wir unsere Felder hin. Äh, die kleine Insel hier. Ach, du würdest da drauf das Haus bauen. Ja, aber ich glaube, wir machen es eher hier so. Wie spät ist es eigentlich? Oh, ist doch gleich nacht. Wir haben jetzt, äh, ja, fünf vor vier. Ne, ich meine Minecraft. So, äh, ja, keine Ahnung. Da hinten ist die Sonne. Irgendwas zwischen Nachmittag und Abend. Ich schätze mal, es ist wirklich Abend. Ja. Hol mal ein bisschen Holz. Wollen wir hier die Fahrer, wollen wir hier diese Insel, die sieht irgendwie so kacke aus. Einfach so. Ja, schau mal. Schau mal, hier, ja, komm mal. Ja, ich komme. Hier habe ich vorher was gesehen. Wo war das? Hier hin. Hey, ein Tintenfisch. Hier unten hin musst du, schau. Nicht umbringen. Kann man die eigentlich auch bauen? Keine Ahnung. Hier musst du hin. Direkt erstmal den Tintensack noch. Ja, hier runter. Ah, ich kann, oh, ha. Da ist eine Schlucht, ja. Uh, ho, ho. Nicht runterfallen, du. Fuh. Mach mal TP. Ne, ich schwimme gerade schon hoch, schon gut. Okay, was? Es ist Nacht. Aha. Äh, soll ich schnell, komm mal rauf und wir bauen uns ein Bett. Äh, ja. Wie wär's auf die Insel? Ne, passt schon einfach hier schnell ein Bett. Ich hab aber kein Holz. Ja, dann, äh, hier drei hast du. Danke. Ups, ich hab jetzt das ganze Holz weggeworfen. Oh, warte, hier. Oh, warte, hier. So, Bess. So, und schnell, 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 die Mobs bauen gleich. Bitte schieß mich jetzt kein Skelett. Ja. Ach, Glück gehabt. Puh. Bett baue ich aber gerade wieder ab. Ja, ich auch. Ja, warte, ich geb dir eins. Ähm. Setz mal deine Kakaopone. Na, bau dies Kacke. Die sieht hässlich aus. Nein, bau die eher aus. Wir machen dahin dann unser Feld. Unser Weizenfeld dann so. Ach so. Hab ich gedacht. Ja, ich dachte, wir machen das dann direkt neben dem Haus, weil sonst müssen wir ja immer noch über das Wasser, weißt du? Ja, wir könnten ja da eine Brücke hinbauen. Hast recht. Haben ja genug Zeit. Hm. Wir können hier 200, 400 Folgen machen, wer weiß. Ja. Okay, ähm. Ich geh mal eine Spitzhack mit Kraft, ne? Dann hol ich kurz Stein. Ja, sofort. Ähm. Boah, der Server legt gerade oder ich legt gerade. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Tim und René beschweren sich auch immer, wenn ich sage, der Server legt, dann sagen die immer, der Server legt einwandfrei, ich legge. Ach. Alles auf mich. Warte, lass die Grube hier so. Ich wollte die machen, dass da die ganzen Tiere rein können. Dann brauchen wir keine Zäune zu craften. Naja. Genauso wie in dem ersten Video da. Ja, genau. Ich finde, da sind Zäune dann überflüssig. Ja, das stimmt. Wir haben schon wieder 10 Minuten aufgenommen. Die Zeit vergibt immer so schnell beim Aufnehmen. Mhm. Ja, hier sehe ich auch meine Reis-Mini-Möchen-Lawas-Sieb. Aber macht da. Aber wird das gleich wieder zumachen, oder was? Ja, ich kann mir nur Koppelstang für Werkzeuge und so. Achso. Achso, achso. Und jetzt hier wieder raus. Okay, ich brauche da uns gleich mal beiden ein bisschen Werkzeug. Wir brauchen noch ein paar Stickies, würde ich sagen. Ja. Für jeden eine Spitzhacke. Ja, quaffst du uns mal kurz das Material. Zwei Spitzhacken, zwei Schaufeln und noch einen Genocken. Aha, ich habe gerade ein Schaf in die Lava geschubst. Boah, du böse, böse Bube. Ja, ja. So, erstes Huhn in der Grube drin. Alter. So, jetzt habe ich genau geblieben. Aber ich gehe das kurz von dir, was du da ausgehöhlt hast, das gehe ich kurz zumachen. Ja, genau. So, schau. Jetzt müssen wir nachher wohl noch dran denken, eine Fackel reinzusetzen. Hier, hier, hier und hier. Alles einmal. Okay. Soll ich auch gleich drei? Ja, wer ist jetzt da? Gucken wir mal, dass wir hier mal so zugebaut kriegen. Ich wollte jetzt hier so ein kleines Wasserloch lassen. Ja, ja. Ich bauche gleich auch noch eine Feldhacke, würde ich sagen. Was? Eine Feldhacke. Achso, ja, ja. Die sollten wir wirklich direkt bauen, dann können wir das Weizen schon maschen. Äh, wie viele Samen hast du? Äh, 19. Dann schmeiß mal hier, ich habe 20. Ich stehe hinter dir. Mach's doch mit deiner Schaufel, die ich dir gegeben habe. Mach's recht. Geht schneller. Ich meinst, die Samen hier. Achso, okay, du wirst die Samen. Da. Danke. Nur ein 30 Samen, das reicht jetzt mal. Würde ich sagen. So, schauen wir mal. So, ich bin hier so. Oh. Wo, das war gerade übelst der Letzt. Au. Au. Das schlägt nicht. Achso, ich bin am Verhungern. Ich habe nichts zu essen. Tut mir leid. Nein, nein. Gut.